Hallo Leute, hier ist Axel Wagener vom UCC Hamburg. Hier wieder ein paar Ausschnitte aus den neuesten Sachen, die ich jetzt gerade in den Pay Channel gestellt habe oder noch reinstellen werde. Bis zur ersten Woche im August 2019 werden alle drin sein. Das sind elf neue Videos, alle etwa zwischen 10 und 20 Minuten lang. Gibt es für kleines Geld zum Runterladen. Wie gesagt, UCC Pay Channel für alle, die nicht zum Training kommen können, trotzdem richtig gutes Kämpfen lernen wollen. Geht auf unseren Pay Channel. Beste Kadena-Sachen, beste Stock-Sachen. Seit neuestem auch MMA- und Kickbox-Sachen mit dabei. Also für alle, die richtig gutes Kämpfen lernen wollen, keine Scharlatanerie, sondern hochprozentige, hundertprozentig wissenschaftlich durchdachte Techniken, mit denen man sich richtig ballern kann. UCC Hamburg, Vollgas. Wie sieht man aus, dass ihre fleece Schmerzen aus. Musik 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 Wenn einer eine Haut und sowas unterricht und meint, das ist so eine tolle Lösung, dass man da irgendwie gut dasteht, das ist natürlich völliger Blödsinn sowas, weil in dem Moment, wo du sowas machst, so einen Winkel hier machst, ich hole dir eigentlich nicht den gesamten Winkel weg, abgesehen davon exponierst du dich natürlich völlig, das reicht auch nicht, aber wenn ich das wirklich funktioniert, weil ich arbeite, klappt das schon mal gar nicht. Was aber funktioniert, ist ein Karmisch-Karmisch-Scheiße, das ist gegen jemanden, der BUM richtig hauen kann, das ist Töne, damit er da richtig reinfeiert. Es ist ein Handshake, als Milchshake.